Wenn Laura mit ihren Eltern spricht, ist es auffallend still. Denn die Werners haben eine ganz besondere Familiensprache. Ich rede so mit meinen Eltern in Gebärdensprache und in der Schule, so normale Sprache, die ich auch gerade rede. Laura ist eine Koda. Das Wort kommt aus dem Englischen und steht für Kindtauber Eltern. Ihre Mutter ist taub, Vater und Bruder sind hochgradig schwerhörig, nur Laura kann hören. Dass sie den Hörschaden nicht weitergegeben hat, merkte die Mutter schon, während sie mit Laura schwanger war. Ich wusste gleich, dass mein Kind hörend ist. Es hat auf Töne gleich reagiert und gestrampelt. Lauras Muttersprache ist die Gebärdensprache. Hier ist sie elf Monate alt und gebärdet. Ich bin jetzt fertig. Viele dachten, weil wir nicht sprechen könnten, würde sich ihr Spracherwerb schlecht entwickeln. Sie hat aber die Lautsprache eigenständig erworben. Weil wir zu Hause immer nur in Gebärden kommunizieren, war ihr Wunsch nach der Lautsprache groß. Viele haben sich gewundert, woher das Kind so gut sprechen kann. Studien zeigen, dass taube Eltern kein Hindernis für die Sprachentwicklung ihres Kindes sind. Das ist auch die Erfahrung der Logopädin Annett Bauerheim. Beschreibst du mal nochmal eine? Man kann damit hören, man kann die besten Lieder anhören. Das Radio? Ja. Okay. Egal welche Muttersprache, Englisch, Türkisch oder eben Gebärdensprache, ein Kind muss zunächst lernen, Dinge zu benennen und einen Wortschatz erwerben. Der Wortschatz muss ja einfach nur mit Wörtern, lautsprachlichen Wörtern belegt werden. Ob ich jetzt die Wörter gebärde, dann weiß ich trotzdem, das ist der Ball. Hier lernt Laura die Gebärdebaum. Das gesprochene Wort dazu übernimmt sie später automatisch von ihren sprechenden Großeltern oder von Spielkameraden. Dazu braucht sie keine spezielle Förderung. Die Übungen mit der Logopädin macht Laura erst, seit man eine Rechtschreibschwäche feststellte. Die Lehrerin meinte, dass die Laura nicht unterscheiden kann, ob die Laute lang oder kurz gesprochen werden. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass Laura in einer hörgeschädigten Familie aufwächst. Die Gebärdensprache hat, wie die Lautsprache, eine komplexe Grammatik. Für Laura sind beide Sprachen gleichwertig mit Vor- und Nachteilen. Also bei der anderen muss man sich nicht so anstrengen und etwas mit den Fingern machen und es manchmal vergessen. Aber bei der Gebärdensprache vergisst man auch die Wörter manchmal. Für ihre Eltern bildet Laura die Brücke in die Welt der Hörenden. Denn nicht immer ist im Alltag ein professioneller Gebärdendolmetscher verfügbar. Laura hat schon immer selbstständig das Dolmetschen übernommen, wenn sich jemand mit mir unterhalten wollte. Ich habe sie sehr selten als Dolmetscherin benutzt. Nur bei bestimmten, komplizierten Fällen. Laura fühlt sich in beiden Welten zu Hause, in der Welt der gehörlosen und unterhörenden Menschen. Für ihre Freundin dagegen ist die Gebärdensprache aufregend wie eine Geheimsprache. Da können die anderen das nicht wissen, was man so spricht, wenn die nicht wissen, wie die Gebärdensprache geht. Spiegel geht so und so getan. Hier kann Laura schon mal üben, denn später möchte sie die Gebärdensprache zu ihrem Beruf machen. Wie Annett Bauerheim. Denn auch die Logopädin ist ein Kind tauber Eltern. Sie betreut viele hörgeschädigte Familien und kennt vor allem die Befürchtungen aus dem familiären Umfeld gut. Das Kind könnte irgendwas verpassen, nur weil die Eltern hörgeschädigt sind. Und dann versuchen natürlich Großeltern ganz oft zu sagen, dann gib mir das Kind mehr. Annett Bauerheim ermutigt gehörlose Eltern, sich nicht verunsichern zu lassen, stattdessen auf ihren Instinkt zu vertrauen. Lauras Eltern tun das. Wir merken schnell an ihrer Mimik und ihrem Gesichtsausdruck, wenn sie traurig ist oder sie was bedrückt und können dann offen darüber sprechen. Gehörlose Eltern haben heute mehr Selbstbewusstsein als früher. Das ist ein Glück für Laura, denn so ist die doppelte Kultur bereichernd und keine Belastung.